Juhu? Ja? Kommst du mit? Natürlich. Na dann, soll ich dir deine Jacken mal rausgeben? Natürlich. Morning! Ist das Toilettenfach aufgeschlossen? Ja. Gummistiefel hast du hier, Livia, wenn du die anziehen möchtest. Was? Am Fußende da oben. Eine Jacke. Eine Jacke ist drin. Im Schrank, glaube ich. Hier sind deine Gummistiefel. Boah, wir haben den ganzen Morgen gechillt. Gestern haben wir uns abends noch Pizza geholt. Wir wollten uns einen schönen Abend machen, Bernd und ich. Haben wir auch gemacht. War schön. Wir wollten einen Film gucken nach dem Pizzaessen. Und was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich nur Dings geguckt. Trailer. Wir haben einfach nichts gefunden, was wir schauen wollen. Wir hatten immer das Gefühl, wenn wir den Trailer gesehen haben. Wir haben den Film schon. Das Beste vom Film schon gesehen. Naja, wir machen jetzt unsere Toilette leer. Gehen jetzt Murphy laufen. Und dann am Nachmittag ist Regen angesagt. Deswegen nutzen wir das jetzt den blauen Himmel. Ja, eins hat sich hingelegt. Wir gehen da rum. Zu denen. Und dann kommen. Oh, die sind die. Ja, die sind. Die sind die. Ja, die sind die. Oh, hallo Pferde. Ich habe einmal gesagt, die Pferde mich trauen. Ja, wenn die kommen. Klar. Komm zu mir. Oh, die kommen ja sofort. Bitte schön. Die hören auf dich. Warte, ich nehme den Smurphy nur ein bisschen weg. Vorsicht, nicht die Finger rein, ne? Ja, so. Ja, ganz glatt hinhalten, ne? Das kannst du schon. Der legt nämlich die Ohren an. Hm? Die haben mich gemacht. Jetzt kommen die alle. Pferde. Die riechen so schön nach Pferd, ne? Hallo. Süßes Pferde. Etti, Etti, komm. Ist gut. Komm, wir gehen ein Stück zur Seite, Gummi. Oh, einfach mal abhängen. Ja, wenn jeder wunderte dann. Ja. Ja. Ich wollte ein paar Kartoffeln machen. Ein Dampfgarer. Und noch Tzatziki. Und einen Salat könnte ich dabei machen. Und irgendwie Cordon Bleu oder so. ja hallo sie mal deine schuhe aus ja das ist der dampfgarer ist nicht nur den haben wir schon ein bisschen länger ich habe jetzt müssen wir auf erst mal mach du mal was möchte deine jacke ausziehen ob du mir ein lied singen soll ja sehr gerne das schönste spielzeug was wir dir je geschenkt haben das war ja meine beste idee ja ich warte ich kann es kaum abwarten dass es weitergeht habe ich das mal sehen das mikrofon hallo und herzlich willkommen bei die michaela youtube schönste kindergeschenk auf jeden fall haben die kinder spaß daran von gestern kalte pizza anbieten ja gebe ich hier macht ich spüle eben die pfanne zu ende die ist mit brokkoli käse tomatensauce weiß ich nicht muss man probieren aber die war echt lecker papa hatte mit pilze und ganz viel knoblauch und tabasco meine ist aber ohne ja ich habe auch viel mehr übrig als der papa hatte wir haben aber haben zwei sachen wir haben einmal pizza brötchen gefüllt mit käse bitteschön und das ist pizza ich schneide dir ein stück ab ok die kartoffeln dauern noch im moment schau mal soll ich die ananas runter nehmen ja bitte schön die schmeckt kalt immer noch gut ja soll ich dir eine geben ich habe die kleine Der hat gerade gespült. Schneidest du den Kreis jetzt aus? Ja. Super. Hast du ja richtig tolle Ideen da. Kreise mit dem Becher malen, umranden und dann ausschneiden. Was hast du gesagt? Ja, ja. Mach dann Ruhe. Nein, das ist für dich. So. 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 Du hast aber Glück. Wir haben ein Plombier-Crazy-Twist. Soll ich das aufmachen oder machst du das auf? So. 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 So lecker. So. So schön eingepackt war für ihn. Welche Wurst war schön eingepackt? Ist sie da. Erst mal erzähl ich dir weiter. Ich will nicht essen. Ich will die nur schälen. Ich schäl mal weiter. Erzähl ich dir mehr. Der gesnickt hat gerade. Hier Eiscreme. Möchtest du ein Stück Kartoffel? Oder ist mein Ring? Livia ein Stück Kartoffel? Möchtest du nur ein Eis machen? Oh, sorry. Ich bin alleine. Bernd ist mit Livia unterwegs. Ich bin jetzt Möfi hier. Wir chillen und gucken einen Film. Wenn ich alleine entscheiden darf, welchen Film wir gucken. Ich gucke. Dann geht das natürlich schneller. Und es regnet. Es regnet. Ich hatte in den letzten Tagen wenig getrunken. Das habe ich echt gemerkt. Deswegen habe ich mir heute extra ein Glas genommen. Ist jetzt mein drittes. Und dass ich genug trinke. Ich habe heute mal mit Tanzen gemacht. Mit Musik. Das war sehr eckwäckend. Hat Spaß gemacht. Ja. Das fisselt jetzt. Ich gehe jetzt mal mit Smöfi spazieren. Und dann gehe ich in Ruhe duschen. Während es noch unterwegs. Und bis sie wieder hier sind. Müsste ich dann fertig sein. Und ich wollte den Vlog jetzt beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. und bis morgen in alter Frische. Tschüss. Tschüss